Ruhm, Sitz. Ja, sehr gut. Traurig sind jetzt nächstes. Ciao, gut gemacht. Ja, heute ist es wieder gut. So ist es nicht los. Jetzt lasst es aber nicht los. Böse Hund. Wie seid ihr? Super gemacht! So schnell. Ich muss wahrscheinlich hinzugehen. Ich meine, hat schon was. Ich muss eher genau verbauen, wo die Scherben haben. Weil ich sie schon verbauen habe. Genau, ich hatte schon was. Schauen wir mal. So. 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 Ruhm. Nicht stubsen. Ruhm. Super. Du auf. Okay, mach okay. Das Äckste ich so hin. Puste. Das war gut. Sit. So schnell. Mång. So. Ich will, dass er was hat, nicht? Mhm. Das wird sie ihm natürlich gar nicht. Das muss er jetzt tatsächlich dann wieder, aber schön gut. Ganz toll. Weiter. Super, das ist toll. Wo ist der Schluck? Nein, mach jetzt mal, komm. Wo kannst du denn? Lacht. Also Sprengschnur im Mob. Ja. Super. Setz. So, stopp. Ach Mensch. Ist so hoch? Ja. Ich bin hoch. Nachpassen. Ich bin so hoch. Ich bin so hoch. Ich bin so hoch. Ja. Ich bin so hoch. Riesa folie Super Fein gemacht Hier in der Tasche Also in der Tasche von der Jacke, wo es immer gibt Super gemacht Fein Zustand den den Deine Die 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 Päppte Apubi Da haben wir es richtig hinten in die Fliesen Das war echt eine schwere Lage, sehr schön